Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Und Sada ist uns immer noch nicht beigetreten. Kann ja nicht wahr sein. Nun gut, fangen wir mal mit den Kommentaren an. Ich bin zeitplantechnisch sowas von... Nicht hinterher gekommen. Bei Ixion oder Stardoise ist da was anderes. Da nehme ich halt immer, wenn ich frei habe, Riesenblöcke vor auf. Und die kommen jeden zweiten Tag. Das heißt, da suchte ich den ganzen Tag teilweise. Und da kommen dann für einen Tag Spielen irgendwie einen Monat Content. Bei Rimworld ist das natürlich anders, weil ich da direkt auf eure Kommentare oder viel direkter auf eure Kommentare eingehen will. Und das heißt, das mache ich dann nicht in meinem frei, sondern das mache ich auch während der Arbeit. Also nicht während der Arbeit, sondern während ich halt auch am nächsten Tag und vorher Arbeit hatte. Das wäre aber geil, wenn man während der Arbeit aufnehmen könnte. Das wäre schon irgendwie cool. Aber gut. Anderes drängen. Und ich hänge ultra mit Rimworld hinterher. Ich hatte das ja sonst immer, dass ich immer so fünf Folgen mache. Jetzt hatte ich das Gefühl, dass ich jeden zweiten Tag Rimworld mache. Für die Kommentare gut. Kann ich jetzt wieder auf Kommentare eingehen. Na, dann geht das schneller. Aber ich bin halt nicht mehr im Rhythmus. Denn eigentlich wollte ich erst morgen wieder aufnehmen. Aber dann hättet ihr einen Tag keine Folge. Ich habe auch überlegt, ob ich tatsächlich eine Folge auslassen kann. Dann habe ich mir gedacht, ja, nee. Ich meine, ich habe schon Bock. Und ich habe auch Zeit. Ich bin ein bisschen müde. Ah, komm. Na, solange man nicht zu müde ist, dann geht das ja. Muss halt immer so im Gleichgewicht sein. So, und dann würde ich sagen, fang. Alter, wir kriegen schon üppige Mahlzeiten. Mir mal Zero regelt. Dann würde ich sagen, regeln wir auch mal. Und fangen wir mit den Kommentaren an. Jetzt kommen noch von Folge 49 Kommentare. Die hatten wir ja eigentlich schon. Aber er kam noch, nachdem ich aufgenommen habe, welche. Glaube ich zumindest. Ansonsten wiederhole ich mich jetzt. Und zwar von Micha. Einfach weitermachen. Und von... Boah, wie spreche ich den Namen aus? Absinthikus. Ist das richtig? Absinthikus. Hat auch geschrieben. Wir haben einfach weitermachen. Machen wir natürlich. So. Folge 50. Die Norm. Ich verstehe nicht, warum du in solchen Situationen nicht einfach die Bettruhe höher stellst. Die Bettruhe aus... Das ist eigentlich ein guter Punkt. Aber eigentlich, wenn sie das nicht geändert haben, steht hier drin, Kolonisten ruhen sich in einem Bett aus, um sich von Beschwerden zu erholen, die keine unmittelbare Gefahr sind. Das heißt, wenn sie sich einen kurzen Kratzer haben, keine lebensbedrohlichen Sachen. Dafür ist das da. Aber wenn die so eine Grippe haben oder sowas, wo die Immunität nicht schnell genug voranschreitet oder wenn die stark verwundet sind, wird das hier ignoriert. Das ist immer eine Eins. Aber anscheinend zählt die Grippe nicht als so starke Krankheit. Aber ja, wir könnten jetzt dran denken, wenn sowas ist, dass wir die Bettruhe hochsetzen, anstatt das zu forcieren. Das hätte ich eigentlich machen können. Ich habe ja dann hier, schlafe bis geheilt, hätte ich nicht machen müssen, hätte ich hier umstellen können. Das stimmt. So. Bevor du mir einen Schlafplatz aufdrückst, möchte ich, dass du erst einmal genau herausfindest, ab welcher Uhrzeit der Debuff einsetzt. Boah, da müssten wir den ganzen Tag nur dich beobachten. Aber gut, hat sich ja erledigt. Hast du auch selber geschrieben? Okay, hat sich eh erledigt. So, und dann noch, du hast natürlich recht, durch die besondere Situation ist meine Berufsauswahl erst mal aufgeschoben. Aber das hat sich ja auch erledigt. Ja gut, vielleicht kriegen wir ja noch einen, der nichts kann. So. Jetzt wollte ich schon Micha vorlesen, aber das ist von Ixion. Ich kann ja nicht in Rimwald auf Ixion-Kommentare eingehen. Das Ding ist, ich sag's dir hier schon mal, Micha, ich hab Ixion bis Folge 9, glaube ich, nicht vorproduziert. Das heißt, die Kommentare kommen irgendwann Silvester oder so dran. So, dann hatte gerade, als ich auch die Aufnahme gestartet hab, nochmal, äh, Sada geschrieben, und zwar Ich und Bier. Ich weiß ja nicht. Mit einem Smiley dahinter, den ich nicht identifizieren kann. Ich kann ihn auch nicht größer machen, deswegen weiß ich nicht, ob dieser Smiley gut oder böse ist. Also ich hoffe, das ist jetzt kein Problem, dass du hier, also dass, der Charakter hier Sada sein soll. Ich hoffe, das stört dich nicht. nur weil die halt im Moment noch eine Alkoholsucht hat, die aber nicht mehr lange dauert, bis sie überwunden ist. Guck mal, wir sind bei 69%, bei 100% bist du nicht mal alkoholsüchtig. Aber was ist mit den ganzen einfachen, na gut, wir kriegen keine einfachen Mahlzeiten, solange die großen Mahlzeiten produziert werden, ne? Boah, aber Mike, ne, es muss doch hier Pluspunkte geben. Ah, üppige Mahlzeit. Sehr gut. Okay, dann können wir jetzt hier auch Kakteen anpflanzen. Der Vorteil bei den Kakteen ist, die wachsen, glaube ich, schneller als die Drachenbäume, aber haben, glaube ich, weniger Holz dafür. Ich muss mal gucken, wie wir das machen. Das ist jetzt Folge 43 und theoretisch müsste ich dann noch eine aufnehmen. Ich weiß nicht, ob ich die Zeit dafür habe. Mal gucken. Weil morgen will ich dann eigentlich wieder durchstarten. Das ist eigentlich der Plan. eigentlich müsste ich jetzt noch mehr von diesen Dingern bauen. Ich sehe auch gerade, das Ding ist total falsch gebaut. Hä, wieso habe ich den denn hier so anders gebaut? Guck mal, hier ist ein Vierer und hier ist nur ein Zweier. Was ist denn hier passiert? Haben wir überhaupt noch genug Granit? Wir waren ja immer am nachproduzieren. Aber da müssen wir nicht den Giftmüll wegschießen. Ich meine, ein paar waren ja dafür, dass wir den Giftmüll entsorgen. Ein paar waren dagegen. Wir haben ja eine Zeit lang den jetzt weggeschossen. Jetzt machen wir erstmal eine Lagererweiterung. Und wenn das voll sein sollte, dann werden wir wieder wegschießen. Wir wechseln uns sozusagen ab. Aber hier draußen ist auch schon Giftboden. Wir versuchen uns ja einzudämmen. Wer ist jetzt eigentlich unser neuer Bauer? Ich glaube, Riker ist jetzt so die Hauptperson, ne? Genau, Riker ist gerade unser Mechanin-Tor. Nicht genug Bandbreite. Ach so, ist eh nur ein T100, ne? Der Tod ist, ja. Ja gut, wir brauchen erstmal wieder so ein Array, ne? Bauteile sind gestoppt. Ja gut, wir kriegen aber langsam. Wir kriegen langsam wieder Stahl. Mensch, wo ist denn der Stahl drin? Da. 340 waren das, oder? Ja. So, unsere Hündchen sind glaube ich alle jetzt sterilisiert. Haben wir einen Hund? Ah ne, hier oben. Hat einen Namen bekommen. Ich bin ja schon dazu geneigt, hier diese kleinen, wo man ist doch nur ein Stahl. Aber das läppert sich, ne? Wenn man die jetzt alle mal zusammenzählen würde, dann ist das bei weitem nicht nur ein Stahl. noch drei Tage, dann kann der weg. mit dem Teufelsgarn, ob das hier noch was wird. Wo ist, ja gut, hier ist der Agrarhelfer. Hatten wir nicht zwei? Ach, wir wollten zwei machen, haben wir aber noch nicht fertig gebaut. Na gut, jetzt brauchen wir erst mal das Headset. Neues Combo Array. Wir haben wieder Minus gerade draußen. Ist ja fast so kalt wie hier. Komm, komm. In Clan-Foil wäre jetzt das Wasser eingefroren. Theoretisch müsste ich auch in eine Heizung rein, ne? Und spätestens, wenn wir dann irgendwie Hühner oder so haben. Weil wenn wir die Hühner haben und wegen den Eiern, aber dann müssten wir auch noch so ein Eierteil bauen. Wo ist das denn? Ich meine, das war Vanilla. Hier, Eierkiste, ist Vanilla. Haben nur kein Holz. Naturschrein ist für Psy-Focus. Ich habe noch nie irgendwie mit Psy-Focus gespielt, ne? Keine Ahnung, wie das funktioniert. Okay. Wir müssen irgendwann, wenn das so weitergeht, noch ein Treibstofflager bauen. Ja, wobei, die sind ja noch nicht mal voll aufgefüllt. Ich würde ja Mima Zero hier wieder antun, aber Mima Zero ist jetzt auch der Koch. Da können wir nicht Mima Zero einfach wieder dem Baum geben. Das frustriert mich, dass das Holzlager leer ist. Das ist jetzt auch der Koch-Focus-Focus-Focus-Focus-Focus-Focus-Focus-Focus-Focus-Focus-Focus. Wurde hier die Falle umgesetzt? Ja. Also ich glaube ganz ehrlich, dass die Pumpen das nicht schnell genug wegholen können. Dass wir da jetzt schon zu viel haben. Aber jetzt haben wir glaube ich keinen verschmutzten Boden mehr draußen. Da ist jetzt wieder alles drin. Ich überlege tatsächlich die Stahlfallen abzureißen. Das Ding ist, wenn ich Stahlfallen auswählen, wählt der alle aus. Aber komm, wir reißen die Stahlfallen tatsächlich weg. Wir sind zwar stark und sehr effizient, aber kosten halt auch Stahl, ne? Warum haben wir so viele Stahlfallen? Hier war doch ein Baumstumpf. Ich muss mal wirklich nochmal nach den Mods gucken, ob es einen Mod gibt, der diese Baumstümpfe automatisch auch mit entfernt. so. Immer noch nicht genug Stahl. Komm, wir hauen mal den Speedy rein. Wie sieht es eigentlich hier aus? Widerstand existiert eigentlich kaum noch. Der Alkoholentzug nimmt auch zu. Ach, einer der Flüchtlinge. Das habe ich ja noch nie gehabt. Alter, der gibt mir sieben Hightech-Bauteile. Alter, Berger-Junge. Danke dir. Haben wir hier eigentlich mittlerweile... Ja, Tatsache. So, ein Bauteil, Stahl, Plastahl, Gold. Plastahl lagern wir hier. Nur Gold lagern wir hier nicht. Drei Gold hat das... Ich dachte, war das nicht Silber? Na gut, jetzt ist es Gold. Wie viel Stahl kommt denn da raus? Oh, da kommt schon einiges raus. Unerwartet. Wie teuer sind denn hier so... Fallen? Unnormal teuer. Alter, 45. Ach so, dass die 15 gekostet haben, war auch wahrscheinlich ein Mod. So, was können wir denn kaufen? Wir können denn hier ein bisschen was verkaufen. Hast du denn auch was, was ich gut kaufen kann? Wir müssen dem jetzt auch nicht das ganze Silber rausziehen. Reicht schon so. So. Tschö. So. Wobei, ich glaube, es wird weniger, oder? Kann das sein? Ich glaube, die kommen vielleicht doch noch hinterher. So, wir haben hier jetzt... Eigentlich... Oh, guck mal, es fehlen noch fünf Stahl. Mike, 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 los, komm, hau den Stahl da raus, hau den Stahl da raus. Warum kann ich kein Bot bauen? Warum kann ich kein Bot bauen, der Stahl baut? Ich will ein Bot bauen, der Stahl abbaut. Beim Mod geht das, ich weiß, aber... Mittelmäßiger Schlafraum, das hat tatsächlich funktioniert, das kleine Bett da zu nehmen. Alter, ich glaube, ich muss meine Tastatur mal sauber machen, die ist ja total dreckig. Habe ich wohl beim Essen geschlabbert. Gibt's doch nicht. Ritual bald möglich. Ja, es könnte spaßig werden. Komm, machen wir mal. Es hilft ja auch bei den Religionen so ein bisschen. So, die Party fängt an. Ich wollte eigentlich gucken, ob die jetzt hier auch Drogen und Essen nehmen. Langweilig. Haben die jetzt nicht. Aber das ist ja hier auch gleichzeitig Party und Hochzeitsraum, ne? Wobei viele würden wahrscheinlich auch hier Party machen. Ich würde sagen, das darf jeder für sich selbst entscheiden. Das schreiben wir denen nicht vor. Okay. Also, wir müssten eigentlich genug haben. Ah, ne, immer noch nicht. Was machen die denn, wenn wir denen einen Tragetag geben? Außer Mike. Der muss Stahl. Was seht ihr hier, wenn ihr das hier seht? Da bin ich echt mal geschahmt. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr seht, wenn ihr das hier seht. Denn ich sehe da nämlich mehrere Dinge. Es könnte... Ich sag jetzt, ne, ich bin mal gespannt, was ihr geschrieben habt. Es könnte das Bad-Signal sein. Es könnte also Batman oder eine Möwe, ein Vogel, ne? Hier sind die Flügel. Es könnte auch ein Dino sein. Shit. 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 Hä, wieso flieht denn der? Ach, ne Mike. Ist zu weit weg. Alter, wie so ein Strauß einfach alle Ne, der wird sofort getötet Alle Bots tot Die Bots rennen irgendwie weg Sogar die T100, sie greifen nicht an sondern die rennen weg Gut, ich glaube, die wollten ein bisschen auf Entfernung gehen um dann zu schießen Ah gut, dass Tragetag ist Da werden direkt die Bots getragen Warum hat der den denn jetzt hingelegt? Okay, Tragetag scheint schon vorbei zu sein Putztag Boah, es ist ein paar Sachen die sind dreckig aber es geht also da kommen die Putzroboter noch hinterher So, Mimaziro, wie sieht's aus mit Schlachten? Irgendwann, wenn wir mehrere Küche haben, können wir das so machen dass die Küche nur eine Person bedienen darf und die andere Person macht das Schlachten Hä, wer hat der die Tür aufgemacht? Sada will abhauen Ja, wir spucken mal Feuer Pass auf Hey Sada will, äh, Kloppe Haben wir Sada? War dazu sehr verprügelt Geht Hat überlebt Der Alkoholentzug geht aber langsamer voran, als ich gedacht hab Aber gut Aber gut, er geht voran Das ist die Hauptsache Und damit würde ich sagen War's das für diese Folge? Oder noch nicht? Wir müssen doch langsam mal genug Stahl haben Okay, der Stahl wird reingetragen So Wir haben ganz schön viele Tiere, aber ich bin hier für Stahl und Bauteile Guck mal, wir können jetzt hier sogar den ganzen Leder loswerden Das Trumbo-Fell behalten wir erstmal Schafsolle auch Da kaufst du Stahl ein, bist direkt pleite Wir kaufen dann jetzt doch kein Bier Wir ziehen den Alkoholentzug durch Giftrucksack Giftrucksack Löschschaumrucksack Wobei der Löschschaumrucksack, der könnte, wenn es brennt, richtig praktisch sein Normale Klamotten verkaufen wir auch Behalten wir lieber die guten Wobei wir können die ja neu herstellen Verkaufen wir einfach alles an Klamotten Ein schlechtes Granitbett Naja, solange ich noch nicht da bin, ist es halt schlecht Ich bin gespannt, ob wir es irgendwann mal schaffen, wieder Ikea aufzubauen Da haben wir ja tausende von Stühlen immer gebaut, um die Stühle verkauft Aber ich glaube, das wird in der Wüste ein bisschen schwierig So, ich glaube, damit hätten wir erstmal genug Stahl, oder? Also nicht generell genug Stahl, aber genug Stahl Um die Baustellen, die wir hatten Abzuarbeiten Das hier lassen wir trotzdem erstmal noch Barnes, der hat uns doch Dings geschickt Ein Soldat Hm Ich glaube Sada ist früher beigetreten als geplant Das heißt, im Gefängnis war gar nicht Sada die ganze Zeit So, bewaffne dich Wo ist denn das Sturmgewehr? Also erstmal Zuweisung, Sada, Soldat Du hast auf jeden Fall eine geile Frisur Jetzt haben wir natürlich alle Klamotten verkauft Ach, guck mal, das Headset für Riker Einmal direkt anziehen, bitte So So Sada macht erstmal keinen Wärter Oder doch? Aber das heißt jetzt Sada ist jetzt der Therapeut Und wer heute haben wieder einen jäger die frage ist wer ist denn dann das hier wer ist das muss ich nachher noch mal bei mir reingucken meine dingens aber das war es erstmal für diese folge wir sehen uns in der nächsten folge wieder also bis dann